Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 3771 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Lies nebenbei, indem du Hörbücher hörst oder E-Books liest, während du Sport treibst, putzt oder kochst. Ich arbeite zuverlässig und verantwortungsvoll. Darauf kann sich jeder verlassen. Das ist die erste Pflanze für mein Hochbeet. Ich werde sie hegen und pflegen. Was bedeutet die Farbe an deiner Hand? Kannst du mir das erklären? Bei der Prüfung wurden keine Fehler festgestellt. Die Anlage ist in Ordnung. Bei der Prüfung wurden keine Fehler festgestellt. Die Anlage ist in Ordnung. Immer mehr Windkraftanlagen werden gebaut, um Energie zu liefern. Immer mehr Windkraftanlagen werden gebaut, um Energie zu liefern. Immer mehr Windkraftanlagen werden gebaut, um Energie zu liefern. Wie konnte das passieren? Was habe ich falsch gemacht? Ich bin zu alt für diesen Stress. Möchtest du ein gelbes oder ein blaues Ei haben? Möchtest du ein gelbes oder ein blaues Ei haben? Möchtest du ein gelbes oder ein blaues Ei haben? Von meiner Mutter habe ich viel gelernt. Sie hat mich zur Selbstständigkeit erzogen. Von meiner Mutter habe ich viel gelernt. Sie hat mich zur Selbstständigkeit erzogen. Ich habe Seife in den Augen. Wie bekomme ich sie wieder raus? Ich habe Seife in den Augen. Wie bekomme ich sie wieder raus? Jetzt kommen einige Wiederholungen. Ich bin froh, dass ich heute meinen Hut dabei habe. Er leistet mir gute Dienste. Im Jahr 2021 wurden in Deutschland mehr als 470.000 Tonnen Butter produziert. Im Jahr 2021 wurden in Deutschland mehr als 470.000 Tonnen Butter produziert. Du hast es auf den Punkt getroffen. Ich bin genau deiner Meinung. Der Wasserbedarf kann durch Essen und Trinken gedeckt werden. Wir können nur etwa drei Tage ohne Flüssigkeit überleben. Heute habe ich ein Paket mit einem Geschenk erhalten. Ich muss es noch auspacken. Heute habe ich ein Paket mit einem Geschenk erhalten. Ich muss es noch auspacken. Wir haben unser Ziel erreicht. Es war ein langer Weg bis hierher. Wir haben unser Ziel erreicht. Es war ein langer Weg bis hierher. Wir haben unser Ziel erreicht. Wir haben unser Ziel erreicht. Es war ein langer Weg bis hierher. Ich kann mich nicht entscheiden, welche Farbe ich nehmen soll. Hast du noch eine andere Farbpalette? Ich kann mich nicht entscheiden, welche Farbe ich nehmen soll. Hast du noch eine andere Farbpalette? Ich kann mich nicht entscheiden, welche Farbe ich nehmen soll. Hast du noch eine andere Farbpalette? Ich habe gerade diese wunderbaren roten Trauben auf dem Markt gekauft. Ich habe gerade diese wunderbaren roten Trauben auf dem Markt gekauft. Je älter ich werde, desto schwerer fällt mir das Laufen, aber ich möchte es nicht aufgeben. Warum geht Claudia schon wieder nach Hause? Hat sie keine Lust mehr in der Bibliothek zu lernen? Ich befinde mich in Quarantäne und darf daher das Haus nicht verlassen. Ich befinde mich in Quarantäne und darf daher das Haus nicht verlassen. Ich muss dir unbedingt erzählen, was letzte Nacht passiert ist. Ich muss dir unbedingt erzählen, was letzte Nacht passiert ist. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. und rein und auf den Tag von der 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 Tag der Tag. Vielen Dank.